Und sie haben zu ihr gesagt, keine nicht findame Sprüche, heißt es euch. Und sie haben gemacht, zeichnest sie dem Futter, wie er hat aber der ihm nicht zerriefen. Und er hat verlangt, als Schraubtoffel, hat aufgeschrieben, sein Numen ist Jochenum. Und sie haben sich alle gekädigt. Und in seinem Mühl haben sich mit einem Mühl aufgemacht. Und er hat genümmen Reden und lieben Gott. Und Apachat ist gefallen auf alle Sehre, Schreinem. Und im ganzen Bargland von Jehuda hat man geredet wegen dieser Sachen. Und alle, die das gehört haben, haben sich genümmen im Herzen und sagten, Was wird du sein, Pfarrer Kind, warum die Hand von Gott ist gewähnt mit ihm? In seinem Futter Zacharias geworden, viel mit dem Ruachakäudig. Und wie ist gesagt, er soll zu sagen, geläubt ist Gott. Der Gott von Israel, worum er hat gedenkt und geschickt, ein Jeschua für sein Volk. Er hat aufgestellt vor uns, ein Huren von Jeschua in dem Haus von seinem Knecht David. Wie er hat gerettet durch den Mühl von seiner Heiligen Rettung von unseren Säunen. In der Hand von allen, was oben in uns fahnt. Und in den Gästen mit unserer Obers, und sie gedenken sein Heiligen Bind. Die schwor, was wir heute geschworen, sehr froh, wie nun, uns Matzel zu sagen, von dem Hand von unseren Säunen. Und ihnen nehmen, unpachat, in Kedusha, in Gerechtigkeit, vor ihm alle unsere Teig. Und die Kind, es geriefen werden, nur wie, von dem Eibischen. Wollen wir es gingen, vor Gott, uns zu breiten, so anwegen, zu geben, Verständigkeit, von Jeschua, vor sein Volk, durch der Vergebung von Seine sind, zu lieb, der Bremherzigkeit von unserem Gott, mit Wuss, der Vormorgen, frühmorgen, wird aufgehen, auf uns, wenn der Heich, zu leichten auf die, wo sitzen in Heuschach, in Schatten von Teut. Sie führen unsere Tritt in dem Weg von Schülern. Und das Kind ist gewachsen, und es gewohnt stark in dem Geist, und es gewöhnt ihn mit Boreas bis dem Tag, wenn er hat sich anplegt, zu Israel. und es gewöhnt von Schülern. Und es hat sich einen Weg von Schülern. Und es hat sich einen Weg von Schülern. Und ich das auch über die von Schülern. Und es hat sich